Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer Runde Sonstwas mit den Demingames und bla 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 und in den Kommentaren steht auch noch so ein bisschen Schrift und genau, herzlich willkommen. Herzlich willkommen von Demingames auch, wir spielen übrigens The Building Game von Sethbling und in den Kommentaren, warte, in der Beschreibung schreibt er uns auch, schreibt er uns auch, unter anderem sein Name, sein YouTube-Name ist glaube ich HolzkopfTV oder so, genau und ihr seid natürlich auch bei mir in der Beschreibung verlinkt. Darf ich jetzt mal ein Blatt reinlegen? Ja. Ey, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu Coca-Cola, wenn ihr draufdringt, kriege ich drei Euro. Nein. Gehen frei. Geht es jetzt da los oder so? Ja, wenn alle reinlegen schon. Ich hab schon mal ein Blatt. Ja, gern. Irgendwas auf deinen Zettel schreiben, was man nachbauen kann und dann reintun. Hallo? Bist du... Nur zur Information, du musst den Zettel auf den Amboss tun und dann da was draufstehen. Ja, ja. Rechtsklick auf den Amboss. Nein, nicht auf den Exzenter. Erstmal auf den Amboss. Auf den Amboss. Ich glaube, er wird überfordert. Oh! Der reagiert nicht. Du musst dann in den ersten Slot. Rechtsklick auf den Amboss. Soll ich rüberkommen und dir helfen? Ich bin schon da, keine Sorre. Okay. Soll ich auch noch kommen? Nee, wir sind hier schon zu dritt. Ja, ich komme auch noch. Warte. Ich komme auch. Jetzt gucken wir alle auf seinen Zettel. Oh, ich hab mich nicht gemerkt. Ich muss es rein sagen. Oh, du hast es geschafft. Schreibe. Oh, Leute. Das hört mal auf. Er hat doch mich nicht gestört. So. Hey, da fehlt ein Amboss. Hört mal auf damit. Ja, alle. Leute. Da fehlt ein Amboss. Mann, Rudi. Der hat gerade geschrieben. Der ist falsch. Ja, kann. Du sollst irgendein Wort schreiben, was Leute nachbauen können. Hört doch auf. Ich gehe wieder. Das war gerade nicht so ab. Ich habe gerade ein Wort gemacht, weil ich in die falsche Dinge gegangen bin. Wir gehen wieder alle. Wir gehen wieder alle. Alle weg. Hallo. Ja, okay. Ich habe gerade ein Wort gesehen. Das geht ja gar nicht. Von dir. Kriegt ihr es jetzt hin? Oh, nee. Das ist nicht gut. Egal. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe es schon wieder vergessen. Warte. Ich werde es, äh, warte. Ich überlege gerade nach. Bis er eigentlich bringt. Ja, ihr wisst, was ihr macht. Nimm einfach raus. Ihr wisst. Ich mache dir einfach mal Freiluft hier. Und wo soll ich das denn tun? In den Dispenser. In den Dispenser. Irgendwo rein. Okay, jetzt kann es losgehen, Leute. Boah, krass, Alter. Wir haben es geschafft. Oh, scheiße. Jetzt habe ich mir die... Alter. Ich habe mir die Blume... Ich habe jetzt eigentlich bei Serkan. Ich habe bei Serkan. Er war hier so kreativ. Oh, Serkan. Jungs, müssen wir das Papier rausnehmen? Nein, da lassen. Drinnen lassen. Oh, Serkan ernsthaft. Was ist? Ich war der kreativeste, Alter. Bei mir ist es aber auch sehr kreativ, Alter. Rissa, hattest du den PS3-Controller? Ernsthaft? Du solltest nichts sagen, ne? Bist du dumm? Hab schon nichts... Du hast irgendwas... Aber er hat keinen PS3-Konsole. Aber ich weiß nicht, was das ist. Er schritten zumindest. Fischer PS4! Ehrlich gesagt, habe ich auch nicht so viele Ahnung von meinem... Aber gut. Ich habe das richtig kreative Scheiße gemacht, Alter. Ich weiß, dass ich Deins habe. Du bist so kreativ, Alter. Das kann eigentlich nur von Dir standen. Oh, ne, was baue ich da? Scheiße. Geht mir genauso. Okay, ich da. Ah, das ist wirklich da. Wie soll man das denn noch bauen? Das ist richtig verschissen. Ich habe das kreative, ich dachte einfach, ja, Yoda, Alter. Ich nehme noch so voll die ordentlichen Begriffe und so. Und dann kommt der mit sowas an, Alter. Ich schwörs dir, ne? Wenn du das siehst, gibst du dir ein... Äh, darf ich zu euch schon überfliegen? Nee, ne? Du darfst nur bei dir selber gucken. Wenn du fertig bist, musst du den Button drücken. David? Wenn du fertig bist, musst du den Button drücken. Ich bin jetzt mehr als ich meine Bauchrege, Alter. Ja, wir alle. Ich auch. Ich darf doch wohl fragen. Ja, darfst du ja. Oh Gott, scheiße. Ja, aber weil ich sie doch nicht mehr direkt an. Das ist dumme Frage. Ich bin so schlecht. Nein. Doch. Doch, ich soll hier rüberfliegen und gucken, was ihr baut. Auf jeden Fall. Okay, hast recht. Viel Spaß dabei. Oh Mann, wenn das jemand erkennt, der kriegt den Nobelpreis. Äh, das ist ja auch so. Scheiße. 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 Wie Rudis Mutter. Was? Sorry. Okay, du hast nicht mitgekriegt, das ist gut. Ich bin fertig. Ich brauche hier einfach so einen Klotz, Alter. Das muss noch viel größer sein. Oh mein Gott, Alter. Wenn das jemand erkennt, ey. Oh meins ist so schlecht immer. Ja, du meinst jemand erkennt, ne. Also wird am Ende entschieden, was das am besten ist, oder muss man dann raten, was ich darstellen soll, oder so? Ja, raten und dann das nächste auf den Zettel schreiben. Du wirst gleich schon sehen, was ich meine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird nicht das sein so sein, sondern ein anderer Begriff, das ist eigentlich nicht sensual. Aber das gleiche... Auch übrigens nicht am besten rüber hoppen, das ist halt auch Cheating. Nicht wahr. Du scheiße. Okay, besser kann ich jetzt echt nicht bauen, aber... Okay, doch, wahrscheinlich schon, aber... Ich würde das einfach auswählen, so Käfer oder so. Und wie kann ich jetzt, wo kann ich jetzt, äh... Da ist ein Knopf. Auf den Knopf. Aber das sieht einfach in deinem Kasten bleiben. Das sieht aus. Das sieht aus wie so ein... Oh mein Gott, Alter. Nix zu eilern, ne? Alter, Meint ist so... Ich weiß selber nicht, was... Meint kann nie jemand im Leben erkennen, ich schwör's dir. Niemals. Okay. Ich hätte es so viel einfacher machen können. Es ist schwierig, etwas zu bauen, von dem man nicht weiß, was es ist. Das ist der Horst. Hab ich genau erkannt. Das ist ein Selbstvertret vom Horst. Ne, warte, warte, das macht keinen Sinn. Schön. Jetzt kann hier jeder warten. Obwohl, ich baue noch kurz was dazu. Obwohl... Man darf auch nichts irgendwie hinschreiben oder so, wenn man's... Keine Schilder oder so. Ja. Also keine Schilder, die Tipps geben oder irgendwas. Ne, ne. Sinnlose Schilder schon, aber... Die mögen wir doch am liebsten. Ja. Oh, Arme sind auch was Schönes. Warte mal. Kann ich mich auch wieder unready machen? Ne, aber du kannst noch kurz was hinzubauen. Okay. Ah, ich hab keine Permissions für Clear. Wir beiden warten doch nicht. Das ist ein Schiss. Alter. Das passt dann so und das... Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt hier... Wäre das so schlecht, dass es mir schon wieder gefällt. Danke. Einfach aus Schlechtigkeit. Bei mir ist es so schlecht, dass ich mich schäme. Mal schauen, ob's jemand erkennt bei mir. Alter. Alter. Ich denk mir grad zu Wort. What the fuck? Wenn ich jetzt dieses Wort gekriegt hätte, wüsste ich nicht was das ist. Oh mein Gott. Wer ist denn noch nicht fertig? Ich? Ich? Also ich bin eigentlich fertig. Sollen wir Zeitlimit auf 360 oder so machen? Ne, 400. 360. Okay. Kann ich von der Firma, was ich da gebaut hab, so ein Schild hinschreiben? Welche Firma das ist? Nein. Ne, das ist nur Speichererung. Ja, das ist aber auch nicht so. Das ist einfach nur. Aber auf diesen Objekt ist dann aber diese Firma und haben auch gehört. Okay. Ja, trotzdem. Nur weil du eine Coca-Cola baust. Wahrscheinlich bist du es auch noch richtig. Ich hab das kreativst, dass ich seh. Boah, ich war heute richtig fertig. Okay, wer ist noch nicht fertig? Ich hab immer noch gesehen. Keine Ahnung, Alter. Ich glaube nicht, wie das ist, was ich hatte. Weil es noch nicht wieder ausschaut. Wie der? Ah, jetzt hast du schon viel verraten, ne? Ist also ne Frau. Ja, genau. Ich find dich mal schön. Wie schön. Ja, okay. Wie schaut das Zeichen uns aus? Noch 20 Sekunden. Okay. Oh. Oh man, man sieht das aus. Es ist einfach krass. Mein Mind denkt man einfach, dass ich ein bisschen von Hund und Käfer und Ebel. Okay, Serkan. 2 Sekunden noch. Und Ende. Du darfst nicht mehr weiter. Ende. Ende. Du musst jetzt den Knopf drücken. Ja, du musst den Knopf drücken. Okay, jetzt. Seid mal leise. Ja. Ja, ihr werdet gleich weiter teleportiert und ihr müsst erraten, was das ist. Und dann das. Wartet. Musst ich erstmal mein Schettel in den Dings. Ja, du lässt das einfach drücken. Du darfst den gar nicht rausnehmen, Serkan. Ich hab den Maxim noch vorhin schon gesagt. Ich bin ein bisschen zurück wieder reintun. Ja. Also wir werden weiter teleportiert. Dann. Und dann habt ihr ein Gebäude von jemand anderes. Anderem meine ich. Und dann müsst ihr erraten, was das ist. Und übrigens nicht einfach den Block zerstören und dann... Dein Sarg's trocken. Oh mein Gott, Alter. Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist. Ich rate jetzt einfach mal. Wo kriege ich das Papier her? Ist das schon im Dings? Von wem ist das? Du darfst nichts nach... Nein, das nicht sagen. Das darf man nicht sagen. Okay. Und wir sollen jetzt erraten, was es ist. Naja, und das dann auf das Papier schreiben und wieder in den Dispenser legen. Wie beim... Am Anfang. Ähm. So, fertig. Obwohl ich will das auf dem mittleren Start tun. So. Serkan. Okay, hier ne äh... Wo in den Dispenser? Ach so, in den Dispenser hinter einem. Gibt ja nur einen. Ja. Hier machen wir Zeitlimit von 100. Einfach? Ich auch noch. Ja, okay, wird doch so. Oh, okay. Darf ich dann einfach schlafen gehen? Okay. Jetzt wissen wir das? Jetzt wissen wir das nächste Nachbar. Wie soll... Wie soll man das denn nachbauen? Oh, das ist einfach genau das, was ich überhaupt drauf geschrieben habe. Sind das jetzt die Sachen, was die anderen gedacht haben von dem, was die Leute gebaut haben? Ja. Ja, aber... Nicht dein eigener Beruf irgendwie. Was soll der Scheiß? Ich hatte wieder einen Dispenser reingetan und jetzt... Okay. Und dann steht hier, dass ich wieder was bauen soll. Ja, du sollst jetzt auch wieder was bauen, ne? Ja. Und das, was im Dispenser ist, ne? Ja. Okay. Okay. Das Gefühl, dass jemand... Das, was ich gerade baue, das war, was ich gebaut habe und jemand uns falsch erraten hat. Ne, ne. Das ist immer unterschiedlich. Ja, ich weiß. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl. Oh mein Gott, Alter. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, wir werden... Wenn ich das... Danach, wenn wir das so schlapp lachen, auf die Scheiße gebaut werden. Wir müssen uns das danach ja auch noch angucken, Alter. Ich hab keine Ahnung, wie das... Oh Gott, ey. Hab ich auch nicht meins. Boah. Ich baue einfach gerade nur so im Kasten, ne? Das ist doch scheiße, mein Wort, Alter. Wie kann man so sein, ne? Bitte. Ich muss zugeben, ich hab was bisschen blödes geschrieben, aber es sah halt wirklich nicht so aus. Genau. Wir haben es besorgen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, wir müssen hier die ganze Zeit so lachen, Alter. Das wird nie im Leben jemand erkennen. Ich erkenne es ja noch nicht mehr. Das war das Witzige, aber. Also wenn ich hier jetzt blind drauf gucken müsste, ne? Ich wüsste nicht, was das sein sollte. Ja. Ich mein. Wenn ich nicht wüsste, was wir sind, dann toll. Das ist ja toll. Das ist ja toll, ey. Ich wüsste nicht, was wir sind. Das ist ja toll, ey. Das ist ja toll. Bis wievier haben wir denn? Äh, bis 400 Okay Okay Was hab ich hier angetan, alter? Oh man ey Ich hab echt keine Ahnung Internetrick hat doch keiner, oder? Oh mein Gott Oh mein Gott, ich wette, dass die für dich voll beleid ist an was Bis wieviel Wallen mit? 400 Okay Oh fuck Äh Ah, ich schaff das denke Ja, okay Ich, ich nicht Oh mein Gott Das war jetzt nicht zu schweres, aber das könnte man schon erkennen Was? Zum Beispiel Redstone Blöcke Mhm Zufall Was mach ich da? Okay Okay Ich hoffe, irgendwer kann das erkennen Nach 100 Sekunden Zeit Ja, was soll ich jetzt dabei aufmachen? Ich muss jetzt sagen Ich langweile Okay Oh, please no Oh Man sieht einfach so bescheuert aus Wenn du meins siehst, ne? Ich hör's denn Ich hör's denn Ich hör's denn Irgendjemand wird so voll in die falsche Richtung raten bei mir Auf jeden Fall, wenn es sehr kann dieses Wort zu erraten Ich hör's auch, Alter Links unten an, okay? Ja, wir gehen immer die Reihen so Ja, ja Damit man Erkennen kann, wie sich das Wort entwickelt hat Hattest du einfach so was machen müssen wie Kuchen Und dann irgendwann kommt da einfach niemand mehr drauf Kuchen? Ja! Ich hab's eh How about Fertur Okay War das so krass? Wer lacht dann mit dem? Wäuchte jemand was den gebotet? Okay Was ist das? Ah, der Mauch Was ist das? Ah, der Mauch Was ist das? Ah, der Mauch Was ist das? Also, ich finde Das kann man ziemlich gut erkennen Ich glaube, ich habe das vom gleichen Bauer bekommen, wie das, was ich vorhin auch bekommen habe, weil es sich vom Baustil sehr ähnlich gehalten ist. Ich glaube, es war ein Haar von mir. Was ist das? Was ist das? Ganz ehrlich? Er hatte so rutschte Haare. Ah ne, scheiße. Erstmal nicht mehr. Da habe ich ein bisschen auch verpasst. Was soll das? Nee, ich darf wirklich nur ein Wort schreiben, ja? Nein, du kannst mehrere Wörter schreiben. Nachdem man es reingetan hat, auch dann. Alter! Ich schreibe jetzt mal ganz langweilig, was ich da erkenne. Oh nein. Nein. Ich habe meins extra anders gemacht. Ich dachte, Felix hat meins gemacht. Ich krieg ab 100 Euro. Hast du ein Liebewesen? Ja. Ich auch. Ich denke mal, dann hättest du meins. Ach egal, Alter. Ich habe einen Strich mit so einem Liebepimmel. Wer meins kriegt, hat richtig Faschisten. Okay, ich habe... Oh, ich weiß nicht. Oh nein. Was ist... Der hat das falsch geschrieben. Wer zur Hände... Ich muss nichts sagen. Oh, ich weiß was falsch geschrieben. Ich weiß nicht, wie das Ding aussieht, Alter. Das ist so ein Scheiß. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Kann schon sein, dass ich was falsch geschrieben habe. Und dass ich keine Facecam habe. Oh mein Gott. Ja, ich glaube... Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich die verwenden soll. Nicht in diesem... Ich bin doch ernsthaft am Zweifel. Wie soll ich denn das nach... Ich weiß wie. Alter, ich irgendwie... Alter, wie ich mir das Mühe gegeben habe für mein Wort, ey. Da müssen ich mich nochmal anschauen. Wie das... Juni, das sah so geil aus, Alter. Ich hab selber gefeiert, also... So. Oh nein, dieses Gebäude von... Äh, dieses Gebäude, dieses... Objekt wird so schlecht von mir. Ich hab keine Ahnung, wie man... Ich weiß nicht, wie soll man das bauen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Stimmt. Wär so typisch. Ich hätte es auch langweilig einfach... Hinschreiben können, aber... Ich hab's halt geändert. Achso. Was ist das? Was ist das? Oder was? Ja. Alter. WTF. Ich glaub, der Typ ist behindert und glaub, dass ich weiß, was so ein... Oh mein Gott. Das muss man einfach erkennen. Das muss man erkennen. Ganz ehrlich. Mein sieht so schlecht aus. Ich auch. Also wer das nicht erkennt, den kenn ich nicht. Fertig. Fertig. Wie er sich feiert einfach mal. Tut mir leid, Welt. Tut mir leid. An alle, die mich kennen. Ich wette, das ist jetzt sehr niedrig für euch, aber... Warte, was? Ich muss grad googeln. Egal. Habe ich auch niemals. Meinst, wenn ich das google... Ach, ich will kurz wissen, was da rauskommt, wenn ich das google, ne? Wenn ich meins google, kommt da... Ich glaub, da kommt da nix mögliches raus, also... Alter. Wer das sieht, der... Und das kennt, ne? Der wird sich auch rein abmachen. Der wird sofort wissen, was es ist. Ich glaub, wenn Nikolaj das kriegt, dann hat er keine Ahnung, was es ist. Ich glaub, ich weiß, wer das bei mir eben geschrieben hat. Alter, wie dumm kann man sein, um so n Scheiß einschreiben, Alter. Okay, ich bin fertig. Wie viele sind schon fertig? Ich schon fertig. Wir machen wieder bis 400, ne? Aber dies macht ja auch nix schweres, wie so n... Ich glaub, unser Wörter haben sich ziemlich erleichtert, irgendwie. Kann das sein? Warum? Ich hatte... Ich hatte... Ich hab mir echt müde. Ich weiß es nicht. Alle sind ziemlich schnell fertig. Mit deiner... Mit deiner coolen Große oder so. Ich glaub, wir hatten... Ich glaub, wir hatten... Das ist ähnliches für das gleiche. Ich glaub, wer hatte von euch diesen einen Strich mit dem Hebelpimper? Was? Der kann wahrscheinlich. Was? Nein, aber... Nein, lass mich irgendwas sagen. Okay. Ich hatte keinen Strich. Okay. Seid einfach mal leise. Mein Gott, Alter. Ja, okay, komm. Fang auf, ey. Ich geb's auf. Ich glaub... Das war mein Wort. Was ich gerade gebaut hab. Nur... Die sind so dumm, die Menschen. Glaub ich nicht. Weil... Eigentlich dürfte das nicht gehen. Wir sind so süß. Ja, aber... Kann sein, dass das die letzte Runde ist? Ich glaube... So. Ja, also... Das ist längst nicht die letzte Runde, oder? Ich glaub, jetzt wird da auch nichts mehr rauskommen, hätte ich gesagt. Die dürfen jetzt gleich in der Endplosion sein. Ne, erstmal noch erraten. Alter, welcher behinderte Mensch? Ach los, Maxi! Was, Alter? Ja. Oh, ich bin als Einzieger gekommen. Oh, ho, 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 ho. Okay, wir fangen... Wir fangen gleich bei Number One an. Ja, ja. Und dann gehen wir die Reihe von Number One an. Ich will noch nicht reinschauen. Ich warte noch rein. Ach so, äh... Gucken wir jetzt die Werke an. Nein, na... Ich will schauen. Noch nicht, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Wir fliegen noch nicht reinschauen. Wir fliegen jetzt so seitlich. Ich glaube erst, wir sagen... Ja, warte. Boah, dicker. Ja, ich tp euch einfach schon. Kann man dann auch sehen, wo was gebaut werden sollte? Ja, ich mach das. Ja, ja. Wir bleiben einfach... Bleiben einfach alle da, dann. Einfach stehen bleiben, wenn wir gepostet werden. Nice, Martin. Was? Was ist das? Was ist das? Scheiße. Okay, scheiße. Das ist einfach, äh... Schreiben und rein. Ey, das ist sogar echt gut gebaut, wenn's das ist, was ich meine. Ich mein, ne, dann ist es nicht meins. Was ist das? Brrrr. Okay, Maxim hat meins. Ich weiß, das ist das... Warte mal. Ich hab was falsch gemacht. Uhhh, Alter. Oder? Nee, dann ist das schon mal nicht, oder? Keine Ahnung. Kann sein. Okay, meins hat Serkan gebaut. Das ist ein Penis dran. Nein, hab ich nicht. Jetzt hört auf, was zu sagen. Ja, ich mach schon mal. Du musst schon mal die Koordinaten raussuchen. Nee, nee, ich flieg da kurz rüber. Ey, es ist doch ein Penis dran. Alles gut, Serkan. Okay. Wir bleiben... Wir bleiben alle stehen, wenn wir jetzt geportet werden. Bitte nicht losfliegen, weil das ist bestimmt die Stimmung da. Okay? Also, wenn das Spiel zu Ende ist... Ich poorte euch jetzt gleich, okay? Also abziehen. Also abziehen, du bist immer der Letzte. Also ich fliege jetzt gleich raus, fliege nach unten links und poorte euch da. Ich war von der Letzte, aber das hat einen geilen Grund. Auf jeden Fall. Okay. Stehen bleiben, nicht raus. Was? Einfach alle stehen bleiben, okay? Okay. Meins ist etwas verwandelt. Okay, aber es ist... Das soll jetzt sein, was man am Anfang hatte. Ja, genau. What the fuck? Ich hatte... Alter! Ja, genau. Noch nichts sagen. Noch nichts sagen. Ich nehm mich drauf. Ich nehm mich drauf. Ja, von Felix. Okay. So. Also, dieses hier sollte mal sein... Ist Wolverine. Wolverine. Wo ist der Tattoo hin? Wolverine, ja. Der ist... Wolverine hat was Gelb-Schwarzes aus. Gelb-Schwarz. Wolverine hat eine helle Pinkhaar. Wurde dann... Davon wurde getippt... Valentin. Okay. Hahaha. Ey, ich hab auch... Hahaha. 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 Sehr gut sein. Den hab ich gebaut. Und den hatte ich grad eben. Und dann hatte ich keine Ahnung, was das sein sollte. Und ich hatte nur noch wenig Zeit, deshalb hab ich Red Hat mit blauer Hose gemacht. Hahaha. Ey, das trifft aber sogar. Hahaha. 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 Okay, weiter. Und jetzt kam dann dieser hier. Okay. Von Wolverine wurde... Prostituierte. Hahaha. Habe ich ja gesagt. Fast dasselbe. Jetzt liegen wir alle nach hier hinten. Hey, das ist das richtig. Warte ich die Peerung einfach. Ja. Ah, stehen bleiben, stehen bleiben. Die Creeper nicht. Okay. Ist ja egal. Ich kann noch was. Also. Wie geil. Wie geil ich Valentin gebaut habe. Aus Miley Cyrus. Was? Hahaha. Dope. Er hat den roten Fein da gebaut. Aus Miley Cyrus wurde... WALEN TEAM! Ich. Warum er kenne ich aus Miley Cyrus? Weil ich Cyrus aus WALEN TEAM! WALEN TEAM! WALEN TEAM! WALEN TEAM! Aus WALEN TEAM wird äh. What's NJAK! What's NJAK! Den habe ich gebaut. Dann meinte ich wir das kind! What's NJAK? Ja, What's NJAK! Ey! Wer hat das gebaut? Eine Frage. Ich! Kann sein, dass du nur das Foto kennst, was ich habe ein bisschen verändert hat ich weiß wie der wirklich aussieht aber ich wusste dass ihr alle das Foto kennt deshalb habe ich das gemacht also, ok aus Wotzenach wurde einfach nur Kopf aus Miley Cyrus aus Miley Cyrus aus Miley Cyrus Miley Cyrus war nicht so schlechte Worte nö, die war eigentlich ganz gut so, aus PS3 PS3-Controller wird ein PS2-Controller im Ernst? auf PS3-Controller wird ein PS2-Controller ok aber ich glaube ich habe kein Zettel drauf echt nicht? was ist das? ich hab dir eine Vorstellung von PS2-Controller ok aber was soll denn PS2 habt ihr gespielt? das ist gar nicht so leicht zu bauen ok und daraus wird verbrochener X-Wax-Controller und daraus wird M64-Controller und daraus wird M64-Controller und daraus wird M64-Controller und daraus wird M64-Controller das weiß ich nicht so schlecht das war ich nicht so schlecht das war ich nicht so schlecht also ja, weiter das ist am Schluss noch ein Controller geblieben ja also das was ich am Anfang bauen musste war dann auch ein Stück Scheiße so so aus aus was ist Stefano? das weiß ich weil es meins ist Stefano oder Stefano wie jetzt? koch? 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 du hast das Schwert vergessen ja ja ne wartet ich habe das nicht gebaut ich hatte nur den Begriff und weil er mich an diesen riesen Gegspot äh verschreckt aber ich wusste nicht was das ist Stefano was alter wenn man das ja ich das ist aber richtig aber koch gehn Alter also jetzt kommt dann bestimmt schwarzer Spongebob raus wett 100 Euro kein Koch Chefkoch meins ist ah ja genau ich wollte eigentlich sogar Chefkoch bauen Felix was was ist denn Stefano? Stefano ist von PewDiePie äh wer hat den Koch schwarz gemacht? ähm ich also ich hab den schwarz gebaut das ist der Chefkoch seid ihr alle durch? ist nicht der von Dingser von Soft Park? so jaja Stefano ist ne Figur die gibt's bei Amneter hä? das hab ich gebaut ich hatte keine Ahnung wie ich das machen sollte da ist ein Blatt Papier da ah es ist Papier was was war am Anfang? Papier? es war einmal vor langer Zeit okay dann ist hier Blatt Papier in einer weit entfernten Welt ich war das aus Blatt Papier da ist nix mehr drin da hab ich immer das Tettel rausgenommen also ich aus Blatt Papier wird dieses Ding hier was ist das? das hab ich mich auch nicht von wussten ja 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 cool steht da schon klar das wurde daraus was steht dir jetzt nicht cooler Kopf hab ich gehört ne das 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 hab ich ich dachte das 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 her ich wollte zuerst Maus machen, aber dann stand er an der Seite Makros Tybox-Schwärme, Jungs? Alter, und dann mein wunderliches Sein das hab ich gewartet Daraus wurde Schwärme, Alter, daraus wurde ernsthaft noch Schwärme das hätte ich nicht gewartet Wer hat das mitzut? Was ist das? Okay, ich weiß ja nicht wie du als Schwärme gemacht hast So Leute, jetzt das gute Letzte Kommt noch was? Da wüsste ich nur so, Alter, weil es am Anfang war Faultier, ne? Dann kam das hier Daraus wird getippt Kakerlake Kakerlake Dann kam meine Kakerlake Mit CNC Ja, die überleben noch Atombomben und sowas Also Wir haben Käfer geschrieben Ja, Käfer ist ja auch noch Okay, Käfer Wird Mit Diese Biene Wird Das ist schlecht eigentlich Daraus wurde Wer hat das schon wieder mitgenommen? Wer hat das wieder rausgenommen? Aber ich, ich weiß Da steht Gemanipulierte Biene Das trifft aber echt so gut aus, der Typ hat sich echt Mühe gegeben. Ja das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Lass mal das schönste Ding bestimmen von oben. Valentin Alter, was ich gebaut hab, das war so schön. Hauptsache zwei Sachen waren am Ende. Also ich entscheide mich für das hier, wo ich reinfliege. Ja das, ich find das mit dem Korb. Was mit dem Korb? Ich find Valentin am schönsten, was ich da gemacht hab. Ich find ganz ehrlich, das hier ist am schönsten. Ich find Valentin ist am schönsten. Ja genau, das mit dem Wrecking Ball. Ich find den ersten Valentin am schönsten. Alter, sieht aus wie der eigentliche... Ein Valentin. Oh, ich hab irgendwie Lust auf noch ne Rolle. Das sieht aus wie jemand mit einer kugelsicheren Weste oder so. Alter, wie viel ich die gemacht hab, Alter. Es macht irgendwie Spaß, oder? Ja okay, aber erstmal würd ich sagen, war's das, oder? Für die... Ja, würd ich auch sagen. Ja. Felix, du meinst, Felix. Felix, du meinst, Felix. Felix, du meinst, Felix. Also hat dir allen Spaß gemacht. Okay, dann folgt von uns noch ne zweite Folge. Alter, schau das an, Alter. Schau das an. Ja, okay. Dann sehen wir uns im nächsten Video, oder was auch immer ihr als nächstes guckt. Ist mir egal. Ja, jetzt müsst ihr wieder mal Tschüss sagen. Tschüss. 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 Tschüss.